Hä? Bis zumal mussten wir gar nicht abspringen. Doch das kommt noch. Stimmt ja, da war ja was. Na dann. Gehen wir hin? Ja, müssen wir kurz warten, ähm. Marvin sagt, wenn der springt... Ok, ich zähle einfach auf null runter. Und bei null springen wir. Drei, zwei, eins, null. Weeeee. Ich würd sagen... Aber nicht wieder auf diese beschissene Insel, da war ich schon. Nee, dann, da... daneben quasi. Also drunter sozusagen. Ja, ich folg dir einfach. Ok. Hier so. Waffen findet man jetzt oder was? Jaja, also die sind hier in dem Zelt vielleicht oder? Waffen und Materialien zum Bauen, weil du musst dir dein eigenes Vorteil so aufbauen. War glaub nicht so gut hier oder? Und ich glaub wir haben nochmal ein Teammate und der rennt für uns weg. Ja, der Luis. Waffen wir mal dem entgegen. Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Nimm doch einfach den Baum. Ja, hab ich doch. Nee, der glaub ich mit geilen Loot. Da sind nur noch 76 Leute übrig. Oh nein, Auge stumselt kleiner. Oh, ich brauch ne Waffe. Echt, wo? Ich brauch auch eine. Hat's da drin noch welche? Die lag da auf dem Steg. Oh. Ah, die E-Kammer öffnen. Ah, die E-Kammer öffnen. Ah, die E-Kammer öffnen. Ah, die E-Kammer öffnen. Ach, die E-Kammer öffnen. Ja, ich hab Munition. Aber keine Waffe. Ich hab' ne Wand gebaut. Ah, die E-Kammer öffnen. Wir müssen in den Kreis, oder? Ja, sonst sterbt man langsam. Ah, zwei Minuten. Irgendwer oder irgendwas schießt auf uns. Oh, Waffe. Yeah, ich hab ne Pistole. Ich hab noch gar keine gefunden. Komm ich gar nicht mehr hoch. Ah, kurz ne Treppe hinbauen. Ich hab Raketenwerfer, Muni. Weil du kein Raketenwerfer. Ich hab ne Schrotflinte. Hey, wir sind gleich unter dem Top 50. Danke, zwei. Hey, seid ihr nicht außerhalb vom Kreis? Oder bin ich außerhalb vom Kreis? Also rot ist außerhalb vom Kreis. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Hey, das ist Kevin. Nee. Ah, ich komme. Der Luis ist bei uns in Kevin. Komisch ist, mir passiert nichts. Ich fälle kein Leben oder sowas. Ich schieße mir gleich Marvin ab. Hab jetzt so mal meine 90 Grad Schutzweine gebaut. Lass mal da hoch zu diesem, zu dem Haus. Vielleicht hat's da was drin. Lauf da hinten oder was? Ich lauf zumindest mal zu dem Haus da. Hinten? Ne, hier hinten. Quasi direkt am Karten. Oh fuck, da komm ich nicht raus. Sonst komm ich nicht mal rein. Ja, wir könnten echt auf diese Insel. Da sind wir vielleicht relativ sicher. Ja, ich hab nen Revolver. Ja, ich hab nen Revolver. Ich hab noch gar keine gefunden. Woher kriegt ihr das? Hehehehe. Also ich geh mal zum Depot, da liegen bestimmt sehr viele Waffen. Wurscht es. Wenn du die Map aufrufst, ist das die Depot. Einfach mir lang. Ja. Ja. Wir sind echt nur in den Top 50. Da geht's rein. Aber ihr habt euch noch keinen gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, ich hab schon eins gemacht. Oh shit. Hier wird geschossen. Oh, da sind wir richtig. Ich hör sehr viele Schüsse. Ich sitze zu mir. Lass halt da schnell was bauen. Für Sicherheit. Versuch, um die Schüsse wegzulaufen. Boah. Das war ich. Achso. ist da was, Kevin? Wiss ich nicht. Oh oh. Ich hab hier malen kleinen Ball hingebaut, zur Sicherheit. ja ich habe eine schrotflinte mann ich brauche auch was kann ich dir irgendwas wenn ich wüsste wie ich dir was geben kann ich habe nur eine waffe das ist unten die 1 hier ich habe dir eine waffe hingeworfen ich bin mit i ins inventar und habe es einfach rausgezogen aus meinem inventar perfekt ich habe eine pistole ich würde sagen lass erst mal hier bleiben kurz noch oder ja schallgedämpfte maschinenpistole will irgendwer noch einen revolver haben wie viele waffen habt ihr denn ich habe nur eine ich habe nur eine schrotflinte liegen die in den häusern oder wo sind die immer in den revolver ja die liegen halt einfach so rum oder manchmal sind sie auch in solchen sachen die musst du dann mit e untersuchen also ich will immer gerne in dieses dusty depot gehen da sind bestimmt voll viele waffen mit mit steuern kannst du dich ducken hansi und dann wenn du schiff gedrückt hast läufst du auch im ducken bissle schneller siehst du wen ja da sind welche von kratbelchen gelaufen oh ja 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 wo ich brauche hier gerade mal eine mauer die sind da drüben glaube ich zugefeide nicht jetzt weil ich gebe euch meine waffen bist du tot oder was was hä bist du tot oder was aber bei mir geht es nicht achso hä wer baut denn hier so ja der dings weil hier die da vorne sitzen sind da drüben hier die richtung schleiche ich mich mal hier hinten rum ok bis gleich so bis gleich bis gleich so bis gleich schaltgedämpftes maschinengewehr gib mir das ich brauche das ich habe echt nur den revolver durch den arsch keine ahnung wo oh die bauen da hinten fort ok mal gucken ob da irgendwie außen rumkommt und die von hinten überraschen können oder sowas oh shit das auge des stumms ist voll klein ja geht ja wir sind halt total außerhalb nachdem apost auf Ruhig, ich hab ne Schadensfalle gefunden Boah fuck, wir müssen da weg Das wird hier echt eng Sag ich doch Puh, für die nächsten zwei Minuten sind wir erst mal safe Ja, aber hier kommen halt abartig viele Yeah, Pumpgun Dann gib mir die Maschinenbüchstube Und ne Uzi Mein Inventar ist voll Und ne Granate, uhhhh Wo bist du Marvin? Hier unter dir ungefähr, glaub hier Nimm mal das und das Wir müssen bitte weiter rein Boah, Sturmgewehr Wird immer besser hier grad, was ich an Waffen grad find Oh, da ist ein Gegner Wo? Hier rechts An diesem Haus da Ja, da ist einer drin Im Haus Ja Sollen wir stürmen? Ja, 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 ja Ah, ich bin gleich da Der baut sich ein Hab ihn Hab ihn Ne, da ist nochmal einer am Leben Hast du ihn? Ne, ne Wo ist denn der? Äh, in Ja, wenn er in das Eck rumbleibt Ich hab das aufgeschossen Da ams Eck rum Und dann links sitzt er Jetzt hat er wieder zugemacht Oder der baut sich wieder ein Nein! Ich bin tot Ah, ich weiß auch nicht von wo Nein! Wir sind aber vierter geworden Läuft's Uh, yeah Hätten wir da ein bisschen besser koordiniert Glaub beim stürmen Wär's glaub Weil zwar nur eine quasi Na, lief er gar nicht mal so schlecht Na Lief ganz in Ordnung Ich hab einen getötet Ich hab keinen getötet Oh, wie viele Waffen ich hatte Ja, ich hab echt gar keine gefunden Oh, wie viele Waffen ich hatte Und Dome hat mich grad nach meiner Zeit nicht gefragt. Hä? Ja? Dome. Achso. Dome hat mich. 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 Ja, aber gleich ist ja, oder? wird es gleich immer immer enger die karte jetzt ist rum schau alles schau 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 Ja, war doch interessant.